Hast du ein Haustier? Hast du ein Haustier? Ja, ich habe eine Katze. Ja, ich habe einen Hund. Nein, ich habe kein Haustier. Nein, ich habe kein Haustier. Wie alt bist du? Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin älter als du. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin 35 Jahre alt. Ich esse gern Kartoffeln. Ich esse gern Kartoffeln. Ich esse lieber Reis. Ich esse lieber Reis. Ich esse textெ ich esse am liebsten Teigwaren. Ich esse am liebsten Teigwaren. Ich esse am liebsten Teigwaren. Ich trinke lieber Kaffee. Ich trinke am liebsten Bier. Eine Orange enthält viel Vitamin C. Eine Orange enthält viel Vitamin C. Eine Kiwi enthält mehr Vitamin C. Eine Kiwi enthält mehr Vitamin C. Eine rote Peperoni enthält am meisten Vitamin C. Eine rote Peperoni enthält am meisten Vitamin C. Die rote Jacke gefällt mir gut. Die rote Jacke gefällt mir gut. Die blaue Jacke gefällt mir besser. Die blaue Jacke gefällt mir besser. Die schwarze Jacke gefällt mir am besten. Die schwarze Jacke gefällt mir am besten. Die blaue Jacke deinem Ich finde das rote Kleid schöner. Das grüne Kleid ist meiner Meinung nach am schönsten. Das grüne Kleid ist meiner Meinung nach am schönsten.